Guten Tag. Das ist Karl. In einer halben Stunde werden wir einen Club erreichen, wo Hölder heute auftreten wird. Wir können uns gerne unternehmen. Wir sollen noch Bier mitbringen. Bei diesem schönen Wetter. Mit dem Schmiedebus. Heute ist Hanai Morgen. Und dann wieder zurück nach Träumchen. Wir finden uns jetzt hier in Tönkel. Alles Gute zum Bebochstag. Lieber Friedrich. Was ist das? Kann Sparen. Das Elend ist ja nicht. Ich höre jetzt mal Lens. Die Smiley haben die Sau gesinkt. 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 Unterwegs mit Keks. Kein Mensch hier. Heute Abend gibt es ein schönes Konzert. Wo? Innen hier, wo wir sind und sehen einen weiteren Stress-Proben-Tag mit dem Projekteil Lebenshart. Hölder in Zollbrücke, schönes Wetter, geile Location, bestimmt ein cooles Konzert heute Abend. Dann spielst du mich so, aber besser. Weicht die Schale mir selbst, dass ich des rändlichen, heiligen Giftes genüge, dass ich des weder Trance mit dir trinke, dass alles Hass und Liebe vergessen soll. Hingehen will ich, hingehen will ich, hingehen will ich. Vielleicht sehe ich in langer Zeit, hier und hier mal, dich lieben. Ich bin der Saal kocht. Es ist eine Geburtstagsfeier heute. Wie halten Sie sich auf diese Feier vor? Friedrich Högerling hat heute Geburtstag, ist 252 Jahre herzlichen Glückwunsch. Friedrich Högerling hat heute Geburtstag, ist 252 Jahre herzlichen Glückwunsch. Friedrich Högerling hat heute Geburtstag, ist 252 Jahre herzlichen Glückwunsch. Friedrich Högerling hat heute Geburtstag, ist 252 Jahre herzlichen Glückwunsch. Friedrich Högerling hat heute Geburtstag, ist 252 Jahre herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank.